Also Tim geht es nicht gut, keine Frage. Er geht nämlich heim. Er hat keinen Hunger mehr, weil er ja Bauch wirkt. Er verkrümmelt sich in sein Zimmer, sucht also zuerst einmal die Einsamkeit. Vielleicht hat er auch Angst, das zu sagen, aber auf jeden Fall zieht er sich zurück und seine Gedanken schaukeln mit ihm. Ein bisschen Schreckliches, nämlich er denkt sich, das mag mir so keiner, weil ich bin ja ein schlechter Schüler. Und draußen spielen die Kinder und man hört es, aber denkt wieder, mit mir will sicher keiner spielen, weil ich bin ein schlechter Schüler. Also diese Bewertung macht was mit ihm. Und ja, wenn alle so aufwachsen, gibt es ja natürlich auch Massendruck und eine Massenbewertung. Und es gibt auch, weil Kinder sind so, dieses Hänseln oft, dieses Moppen und das macht mit einem etwas nicht nur im Kindesalter. Später dann hat es noch viel schlimmere Auswirkungen. Und es ist wirklich schon das erste Verbrechen am Kind. Wie gesagt, ich bin gar kein Freund von Noten. Ich habe es selber erlebt und die Erwachsenen, die jetzt nicht gerade im Einserschnitt waren und immer diese super Schüler waren und zwar von sich aus einfach so, weil es leicht ging und nicht, weil es Leistungsdruck war oder strebenswert oder ich bin denn etwas Besseres. Die wirklich ehrlich mit sich, die wissen, die wissen, die haben entweder wahrgenommen, gesehen oder selbst erlebt, dass es ihnen damit nicht gut geht. Und dass da viel Schreckliches passiert. Und dass es einen begleitet bis ins hohe Alter. Also ich höre noch Erwachsenen zu, die sind jetzt 70 und plus und die erzählen mir, wie grausam das war in der Schule. Also es war noch die Zeit, wo man eins auf den Finger gekriegt hat oder auf die Innenhände. Also das gibt es natürlich noch nicht mehr, aber dann war das verboten. So ab 70, 1970 hat man das verboten. Dann war das noch aber nicht weniger toll. Dann gab es andere Methoden, um das sozusagen, um gewalttätig zu sein am Kind. Und ja, so geht es halt fort. Also nur damit ihr wisst, ich schreibe sehr empathisch. Ich fühle da also rein in dieses Kind. Mach sichtbar, wie es dem geht, in Bild-Wort-Form. Und möchte eigentlich den Menschen das Herz öffnen. Auch, dass sie vielleicht an der Bildung was verändern. Oder an der Art und Weise, nicht nur das Was ist wichtig, auch das Wie ist wichtig. Und dass sie empathisch mitfühlen können. Das ist ganz wichtig, dass man jemanden emotional abholt in einem Buch. So, Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.